In dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du die Lightroom-Formel mit der Preset-Toolbox zusammen anwenden kannst, um dein Foto innerhalb von einer Minute, maximal zwei Minuten zu bearbeiten. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich habe hier ein Foto aus den Ferroir-Inseln oder von den Ferroir-Inseln, was ich gemacht habe in Saxon. Da kann man ein bisschen nach oben wandern Richtung dem Wasserfall und den habe ich jetzt hier mal fotografiert, auch mit dieser Mauer im Vordergrund, damit ich jetzt hier noch ein bisschen einen Vordergrund habe und vor allem auch das Bild framen kann, dass da ein natürlicher Rahmen ist, mit dem ich gut arbeiten kann. Und mir gefällt es ganz gut. Wir haben hier so eine führende Linie von dem Wasserfall, die hier so in die Bildmitte reinführt, dann hier so ein bisschen rechts aus dem Bild wieder heraus. Aber der Himmel ist zum Beispiel noch relativ hell, der Vordergrund ist relativ dunkel. Und ich möchte dir jetzt mal zeigen, wie ich mit meiner Preset-Toolbox arbeite, um dieses Bild erstmal vernünftig in Form zu bringen. Natürlich kann man am Ende immer noch weitere Anpassungen machen, aber den grundsätzlichen Bildlook, den kann ich komplett mit dieser Preset-Toolbox erstellen. Und das Schöne ist, diese Preset-Toolbox ist in sechs Schritte unterteilt. Nämlich Schritt 1 Belichtung, Schritt 2 Farben, Schritt 3 ist dann Dodge & Burn, Schritt 4 ist das Schärfen, Schritt 5 ist der persönliche Look und Schritt 6 ist der Final Touch. Wenn du die Lightroom-Formel noch nicht kennst, dazu gibt es ein kostenloses E-Book mit über 80 Seiten, wo ich dir meine persönliche Lightroom-Formel zeige, mit genau diesen sechs Schritten, wie du immer deine Bilder nach dieser Formel bearbeiten kannst. Völlig egal, ob das ein Landschaftsbild ist oder auch ein Porträt. Völlig egal, damit kannst du arbeiten. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Kannst du dir einfach mal anschauen. Alles dazu ist unten in der Videobeschreibung beziehungsweise auch in der Infobox. Und natürlich gibt es dazu auch noch mal ein Videotraining. Falls du das dann haben möchtest, kannst du dir das auch besorgen. Die Preset-Toolbox, wie gesagt, besteht aus diesen sechs Schritten. Ich fange jetzt an mit Schritt 1. Und Schritt 1 wäre für mich, dass ich einmal den Dynamikumfang hier erhöhe und damit so ein bisschen die Tiefen aufhelle und die Lichter ein kleines bisschen abdunkeln. Und man sieht schon, was das hier für einen Effekt hat. Dann werde ich als nächstes mal den Himmel noch etwas abdunkeln, denn der ist mir immer noch ein bisschen zu hell. Da klicke ich jetzt hier einmal auf Himmel abdunkeln. Das sieht für mich schon ganz gut aus. Mein persönlicher Stil ist es dann aber noch, einen kleinen Verlauf in den Himmel reinzubekommen. Deswegen habe ich jetzt hier Himmelverlauf abdunkeln nochmal mit drin. Und das kann ich natürlich auch in der Stärke mal so ein bisschen einstellen, wenn ich das nicht ganz so doll haben möchte. Dann kann ich das hier oben mit dem Stärkeregler noch etwas zurücksetzen oder auch verstärken. Dann gehe ich als nächstes runter und schaue hier mal in Schritt 2 mir die Farben an. Und dort kann ich als erstes mir mal einen Weißabgleich aussuchen. Ich finde hier fast Weißabgleich 3 ganz gut. Der gefällt mir sehr. Und dann kann ich hier noch weiter runtergehen und zum Beispiel den Himmel noch etwas kühler machen. Wobei ich sagen muss, dass dieser Effekt auch wieder viel zu stark ist. Deswegen stelle ich den jetzt hier auch mal wieder so auf 40%. Jetzt kann ich außerdem den Vordergrund vielleicht noch ein kleines bisschen wärmer gestalten. Und auch hier müsste ich jetzt aber die Stärke natürlich wieder sehr stark reduzieren. So auf 35 ungefähr. Und jetzt habe ich hier aber schon ein sehr stark ausbalanciertes Bild, wie ich finde. Und jetzt können wir hier mal noch so ein bisschen gucken. Hier habe ich so verschiedene Farbeinstellungen, die man noch treffen kann. Und da gehe ich mal weiter nach unten hier. Zum Beispiel Sommer gefällt mir ganz gut. Gewitter mag ich auch sehr gerne. Aber ich nehme jetzt hier mal Sommer an dieser Stelle und werde jetzt auch die Stärke hier wieder auf 80% reduzieren. Dann kann ich im dritten Schritt Dodge & Burn auf jeden Fall mir mal eine Vignette erstellen. Ich möchte also außenrum ein bisschen abdunkeln und den Innenbereich, den möchte ich noch so ein kleines bisschen aufhellen. Schritt 4, da geht es dann um Schärfen. Da wähle ich hier erstmal eine hohe Schärfe aus. Das bedeutet, das ganze Bild wird sehr stark geschärft. Und in Schritt 5, da bin ich dann schon bei meinem Look. Und hier gucke ich einfach mal so ein bisschen durch, ob es hier einen Look gibt, der mir gut gefällt. Warme, nicht der kalte Schatten zum Beispiel mag ich immer sehr, sehr gerne. Oder auch stürmisches Wetter gefällt mir hier an dieser Stelle sehr gut. Und ich würde fast sagen, dass ich jetzt hier mal stürmisches Wetter einstelle und das Ganze aber auch wieder so ein bisschen reduziere, so auf ungefähr 40%. Dann können wir in dem Final Touch hier noch zum Beispiel die Mittelkontraste einstellen. Auch hier können wir natürlich das Ganze wieder ein bisschen zurückdrehen, weil sonst der Kontrast viel zu stark ist. Ich stelle ihn mal so auf 35%, 36%. Und dann möchte ich noch einen harten Vordergrund einstellen. Das bedeutet, hier bekommen wir auf den Vordergrund noch so ein bisschen mehr Schärfe, so ein bisschen mehr Klarheit darauf. Auch diesen Effekt möchte ich wieder so ein bisschen reduzieren. und gleichzeitig einen weichen Hintergrund. Und damit soften wir den Himmel hier noch mal so ein bisschen ab. Das machen wir auch ein kleines bisschen weniger. Und ansonsten könnte ich mir auch noch so einen kleinen Orten-Effekt hier vorstellen. Den muss ich auch wieder sehr stark reduzieren. Der ist sonst wirklich zu doll im Effekt, also auf 40%. Und jetzt haben wir hier schon relativ schnell aus diesem Bild, was unser Anfangsbild war, dieses Bild gemacht. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Jetzt kann man noch überlegen, ist das vielleicht von der Farbigkeit ein bisschen zu krass? Möchte man die Sättigung wieder ein bisschen anders einstellen? Dann kann ich natürlich jederzeit hier in die Grundeinstellung reingehen und zum Beispiel sagen, ich möchte die Sättigung hier noch ein kleines bisschen rausdrehen. Nur mal so als Beispiel. Und du siehst hier übrigens auch, dass hier in den Grundeinstellungen zum Beispiel so gut wie nichts verändert wurde. Das meiste ist hier basierend auf Masken. Das heißt, man kann wirklich alles miteinander kombinieren. Und das finde ich richtig schön. Wenn du auch Interesse an dieser Preset-Toolbox hast, dann kannst du die natürlich auch käuflich erwärmen auf www.lightroom-system.de. Dort findest du alle Informationen dazu. Und ansonsten bin ich jetzt hier erstmal mit der Grundeinstellung von diesem Bild schon sehr zufrieden und könnte jetzt natürlich das Bild noch nehmen, in Photoshop etwas weiter bearbeiten, ein paar Kleinigkeiten hier noch rausstempeln. Aber das ist erstmal so das Grundlegende, wie ich es mit der Preset-Toolbox relativ schnell und einfach bearbeite. Du siehst also, die Lightroom-Formel und die Preset-Toolbox arbeiten sehr gut miteinander. Und ich kann dir nur empfehlen, beides auszuprobieren. Die Lightroom-Formel gibt es, wie gesagt, kostenlos auf www.lightroom-system.de. Die kannst du dir einfach schon herunterladen. Du kannst dich davon überzeugen, dass der Content gut ist. Und wenn du dann sagst, hey, diese Lightroom-Formel möchte ich in einer Minute anwenden, dann ist die Preset-Toolbox genau das Richtige für dich. Check es auf jeden Fall aus. Abonnier den Kanal für weitere Videos. Ich freue mich auf spannende weitere Videos mit dir gemeinsam. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Bildbearbeiten. Mach's gut. Ciao. Ciao.